Okay, Lops, sagt euch mal vor, die hätten euch im Krieg auf der Flucht gewischt und zum Tode verurteilt, ne? Was wäre denn euer letzter Wunsch? Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde eine Rede halten, ja, wie diese tollen Typen, die in Hollywood filmen. Kurz bevor die erschossen werden, da kommen die so aus sich raus und sagen, ich bin zu Unrecht verurteilt worden und ich habe aber gar keine Angst vor dem Tod und ich vergebe allen, die dieses Urteil vollstrecken müssen. So in der Art, so würde ich das machen. Und du? Ja, ich würde die Jungs bitten, mich sofort zu erschießen. Ach, auf jeden Fall, bevor Markus seine Rede hält.